Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom BILBI Team und in diesem Video beantworten wir dir heute die Frage, welche Auftragsdokumente du mit BILBI erzeugen kannst und auf welche beweisen. Du kannst fünf verschiedene Arten von Auftragsdokumenten mit BILBI erzeugen, nämlich Rechnungen, Lieferscheine, Auftragsbestätigung, Angebote und Stornorechnungen. Um Auftragsdokumente mit BILBI zu erzeugen, musst du zuerst ein Layout anlegen. Dafür wechselst du in deine Einstellungen in den Menüpunkt Auftragsdokumente. In unserem Account sind schon einige Auftragsdokumenten-Layouts angelegt. Du kannst über den Button Neu ein neues Layout für Auftragsdokumente und auch für Etiketten anlegen. Wählst du zum Beispiel die Rechnung aus, kommst du in den Layout Editor. Wie dieser im Einzelnen aufgebaut ist und welche Einstellungen du hier vornehmen kannst, haben wir dir bereits in einem anderen Video auf unserem Kanal gezeigt. Das verlinken wir dir unten in der Infobox. Nachdem du ein Layout für deine Auftragsdokumente erstellt hast, kannst du diese natürlich auch in deinem BILBI Account für Bestellungen erzeugen. Dafür gehst du einmal in deine Bestellübersicht. Hier gibt es verschiedene Weisen, um deine Auftragsdokumente zu erzeugen. Zum einen kannst du Auftragsdokumente für bestimmte Bestellungen erzeugen. Entweder nur für eine Bestellung oder auch für mehrere Bestellungen. Dafür wählst du die Bestellungen aus, für die du dein Auftragsdokument erzeugen möchtest. Nachdem du deine Bestellungen ausgewählt hast, kannst du hier oben auf Auftragsdokumente erzeugen klicken. Hier kannst du jetzt den Dokumententyp auswählen, nämlich Rechnung, Lieferschein, Auftragsbestätigung und Angebot. Die Stornorechnung kannst du hierüber so nicht erzeugen, da du dafür die Bestellung stornieren musst. Wie das funktioniert, haben wir dir auf unserer Hilfeseite erklärt. Den Hilfeartikel verlinken wir dir unten in der Infobox. Klickst du jetzt auf Dokument erstellen, wird dein ausgewähltes Auftragsdokument erstellt. Du siehst hier aber auch noch Datumsbereich auswählen. Das heißt, du kannst hierüber ein Datumsfeld auswählen und auch von wann bis wann der Bereich eingegrenzt werden soll. Du kannst Shops einschränken oder auch den Auftragsstatus einschränken und kannst so auch Dokumente erstellen, die in einen bestimmten Datumsbereich fallen. Eine weitere Möglichkeit ist es, Auftragsdokumente per Regel automatisiert zu erstellen. Wie das mit dem Beispiel Rechnung funktioniert, haben wir dir auch auf unserem Kanal schon erklärt. Auch dieses Video verlinken wir dir unten in der Infobox. Wenn du jetzt noch Fragen hast, wie du Auftragsdokumente einrichtest, wie du sie erzeugst oder allgemein zu Auftragsdokumenten bei Bilbi, dann melde dich gerne bei uns. Lass uns einen Kommentar da, schau auf unserer Hilfeseite vorbei oder melde dich bei unserem Support-Team. Bis zum nächsten Mal!